da ich bin die ganze Seite hier untergerutscht aber Gott sei Dank ist der Hund warte wie viel Ferien und wie viel Nachhinein haben wir dabei ich bin doch noch gar nicht da du riss jetzt nicht mit ich nimm mal die DEM her mit glaube ich ich hab 400 von der Sauer dabei ja auch ohne DEM her dabei ich bin grad für uns zwar nicht hier durch das Ding zu kommen ich hab ne M9 Vorsicht Vorsicht kein Abstand ich bin nicht wuten wie viele Magaziner hast du dabei ich hab 4er hier hier ihr habt ihr habt ihr habt ihr habt ihr ich gebe 2.0 ich bin ne Wunsch das nur mit Wünsch das ist auch eine gute Idee Kopp kaufen geht mal bitte einer los und einen Kopp kaufen wie kostet das nochmal? hab ich nicht warum darf ich nicht mitkommen wie mitkommen du darfst schon mitkommen du hast ey du darfst mir nicht glauben mir doch nicht ok merke ich mir um die Uhrzeit kommt und dann von ne ich hab mir gedacht ich hab mir gedacht war oder wie kaputt ist der UZ die Entschuldigung ansonsten sogar du kannst auch den UZ nehmen ok du wirst du noch nicht kommen da rein ach so da es gibt auch jemanden der Welt muss und übernehmen ich nein ich möchte nicht mehr das ist der UZ aufschwören ja alter wie du einfach angebrettert kommst sie umgedöst wo wer ist der Fahrradfahrer hier? nicht bin das wie liegt eine Leiche warum weißt du das los MAKS? mit der anderen den von ihr den erneutungen erhebende wo ich bin auch ich brauche ein Blutpack, ich bin fast dort das sei aber der SUV stehen in Krotterräger ich meinte, ich hoffe man Sprit dafür oder? das Verzielt ist so gut wie leer, ich fahr noch kurz leer, ok? ok das sind einfach laufen dann können wir bitte, wir haben Blutpack gehen Wer ist das denn hier eigentlich? Der Saiger? Saiger hat den Typen für ihn geklaut Da hab ich ihm die Lärm für den Typen geklaut Ich würd sagen Luca du fährst da rein und wir platzieren uns so um die Base ein bisschen rum Wir werden ja wahrscheinlich auf dich schießen dann und da müssen wir ja rausgucken Kenichi? Dann kennen wir erstmal Kenichi Hallo Leute Ich lass euch vorher raus und ich fahr weiter Genau Und wenn ich nicht beschossen werde, fahr einfach vorbei Ja Und wenn ich beschossen werde, also auch weiterfahren Ja, probier ja Dann hab ich den Hubs mehr runter Wir werden so geil gedeckt Ohne am Blutback Ich bin hier oben Wie hoch man hinten einfach zu hinten huckt Ist so nervig Warte du hast eben eher 2 dem ersten Mal Luca, Luca, mach nicht mit Luca das ist das Opfer Das ist ein scheiß Opfer Sauber du darfst wird er aber er hat er er wird auch nicht bei dem er ich würde gerne mehr mitnehmen um 40 er ist scheiße um im kiosk und erinnert nur mit dem blutbekannten sich noch zu tun 5.000 er kann kommt kommt es kann ich möchte er wie gerade extrem schön ich bin drin da ist Warum? Weil die Garage fliegt, darüber Holzwände sind, dann da zwischen der Garage Holzwand ein bisschen Teile schweben? Das ist ja nicht fertig. Premium Gebot, Junge. Hier ist der Grau. Ich hab ne 11,85. Ich hol mir nur nochmal Danke, noch zwei Magazine. Ich hab nur drei. Du hast nur drei, nimmst du zwei mit? Ja. Junge, ich hab hier auch noch 400 Schuss. Muss mit, muss mit, äh... Alle da jetzt? Ja. Ne, ihr fehlt noch. Zuck ich in der Mitte, hast du dich umgehuckt? Ja. Der passen sogar mehr als von vor dem R. Oh, kommt der, kommt der! Nicht auf uns, es ist 800 Meter weit weg. Der passen 7 Stück rein ins Auto, gell? Connect und Piefke. Wie sollen hier? Die haben sich gegenseitig wahrscheinlich getötet. Piefke kommt mir bekannt vor, wer ist Piefke noch? Nicht so, wir sollen hier 7 Leute reinpassen. Hinten im Raufabschluss, was sitzt da? Kann wir bitte ein Pimp-Killers Auto reinpassen? Hast du selber ein paar Pimp-Killers? Ne, hab ich nicht, hab ich vorhin schon rausgebracht. Doch, glaub schon. Auch keiner weiß, wir gab mal auf. Warum haben wir mit dem Zuhomaschinen kann, Moni, im Uhrzeitlichen? Uhrzeitlichen Schmerzmittel. Ja, äh... Mach die Base aber zu! Hab ich schon. Dann... Dann go go. Ach, hier hat der Typ, der hier gestorben ist, der doch garantiert wird. Wo ist denn der hin? Muaah. Im Dings liegt ein Painkiller. Nicht loopt uns, ob ich! Im URZ liegt ein Painkiller. Im Dings hast du gesagt. Ja, im URZ. Ach, wann soll ich einsteig... Ja, ja, ja. So, jetzt. Ich bin wieder drinnen sitzen, Doi. Sehr schön. Ich bin in den Mauer duschen. Kann ich machen. Doi, M2 Maschinengang. Ey, warum ich denn zu Hause bin verdächtig? Ach der Fahrrad. Ne, da fett drüber. Das war Hendrix Fahrrad. Überhaupt nicht mein Fahrrad, du Lümmel. Ich hab gesagt, das ist deins. Vorhin. Was machen wir denn jetzt? Ich dachte, du bist schon an der Base. In der Base müssen wir nämlich mal fliegen. Uah, das ist doch ein Scheiß-Auto, ne? Haben wir lauter Dinge. So schön leise. Ja. Und fests langsam als ne Ural, Alter. Was? Das Ding ist ne Ural in klein. Das Ding hat noch zwei Scheiben. Oh. Oh. Maximal sicherheit für die Fahrer. Und Beifahrer. Und Hintensitzer. Beifahrer. 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 Der Führer. Der Führer des Tauers. Ja. Hat er ein Tanker ist die Base, oder? Das könnte doch auch ein Knitschi gewesen sein vor allem unter dem eh, oder? Ja. Aber ich schätze schon, das war Piefke. Meint ich ja. 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 großen er oben zumindest ja oben ist einer drin nur ein einsatz auch gewartet da oben Prozent auf dieser Plattform da guckt ihr auf Kenichi Space? nein ich gucke auf den Turm nein er guckt in die andere Richtung der Typ auf den Tower wir haben gerade eben gesehen er ganz links gell bei Kenichi sitzt er noch ja wer geschossen wer war das? ich hab geschossen er ist auf der Plattform noch wer wird das gerade eben? äh Luca kannst du umdrehen? noch nicht ok du müsst hier mal eigentlich einen reingedrückt haben Nichi um oder was? ne ne dem anderen hat er geguckt zu uns? ich laufe mal einen Bogen auf die andere Seite ne jetzt kann ich umdrehen laufe laufe ich drehe um da das war oben vom Tower die Zombies rennen oder dort sind ich drehe um da? äh mach ja mach ich bin grad so fast auf der Hinterseite von dem Tower ja ich mit zum Tower ungefähr das ist ne gute Frage ist der ganz oben da auf der komischen äh zwischenplattform da? ne auf diesem Balkon der ist links ran hängt oder? ja ok mit der Abdichtung auf der Haare dann liegt der so also der Tüter mit mir ja gar nicht töten ne ich hab da auf den geschossen Luca ich bin jetzt vielleicht auf der Hinterseite von dem ja Zombies ja jeder hat kurz rausgeguckt er guckt er guckt er guckt er guckt er guckt Lisa giessen klar Der Tüter mit dem Vögel nu Vögel ich hole sowas ich habe einfach sowas um ja blablablast FR unser immer links wird er mit sich da er ist wieder der packte immer ganz rum zwei heimenden sind die sonst ausrichten die städte wie städte mich das recht immer noch in der ist dumm es geht es besser als erschossen ich habe nicht ganz ja ich habe da war nicht der oben drauf oder obendrauf und ich habe ich war das nicht mit der schluss angeschlagen neben dir ja ich habe daneben geschossen in dem baum woche jahre im vogel war weil der menschlich immer mal alles lang geschossen hat ach so läuft das hier okay ich will wo waren der typen am ort du siehst sie genau in die ja ich sehe geniecht hier aber der sie hat mich gewinn der sitzen sein da ist ein ding offen da sitzt er drinnen die kackt zombies ne wo hier denn dann hier ist gerade in unsere jemand reinkommen zombies von mir aufgeploppt mit weggekommen dann hat sich jemand ausgelockt ich habe auch blick auf die andere beste unten über der tankstelle vielleicht gehört das zu deren die verarschen eigentlich wie schlecht bin ich gerade eben ist da oben noch einer drauf wo ist denn das ding wochen er ist gar nicht das ist wertgeschossen ich bin und sehen neben dem rechten mithaltor ich wollte das gerade was fällt ich bin das nein die besten suchen und dauerhaft rechts im außen ja ich höre direkt dies nicht mehr der pur auf mich wie laut das ist zwar direkt neben der eine Minute da war schon bevor du auch noch warst GmR war er Giga-Roller, der tut mit seiner Lapour, kommt immer noch oben drauf Nein, da vorher war Kenichi Nein, Kenichi hat ein MK-48 Ja, vielleicht hat er am Rucksack aber eine Gälding Irgendwie kommt also vor dem Moment, Kenichi greift es mal in den Arsch, du kannst ihn nicht mehr machen Ich geh rüber ins Gelbe Haus, das ist echt besser Du wisst aber, dass eh eine große Bausteine geworden ist? Ja Ja, bin ich grad drinnen Ja, Hennig, pass auf, da einer war wie gesagt, Osten, Östlich Du warst da vorne rechts neben mir noch Genau, ich sehe auch deine Leiche und so was, ja Ich hab grad ein Gold gefunden, da hab ich gesagt, wir trinken, wer hat von einem Gold? Ich dachte, es ist eben, dass du das bist Wieder aus Versehen, ja Irgendwo im Tor, oder? Von hier habe ich perfekte Sicht, wenn die mit dem Rücken wieder so standen wie Eiche Ei, was schießt denn das so doll Oben auf dem Turm ist immer noch einer drauf Jaja, da sind noch zwei drauf Soweit ich das gehört hab Wie viele sind die eigentlich von denen? Das kann aber auch einer sein, mit verschiedenen Waffen Giga-Roller war nicht da oben Ich sag, da oben drauf, weil ich mir für den Lapourkopf Bei Kinnitschern bin ich abschießen können, aber Wir wollen Kinnitschern zusammen Ich seh ein Hochglasar und da läuft einer mit dem Kinnitschern hoch Da ist gleich noch einer Ich hab ihn durch die Wand backen sehen Ich weiß ihn jetzt bitte von den Pissen Ach, der Tor fängt in den Haus drin an Wie haben die denn das angestellt? Kannst mir bleiben einfach nur das Ackloch, ciao Boah, sind das miese Cheater Oh, die sind dann wieder ganz schön angekommen Ich glaub, die sehen mich ja nicht Eigentlich voll geil hier Das ist doch mal was Er ist eben erstens aber die Beine gebrochen gehabt Der Lapour, der Lapour hat es mir ändert Ja, wenn man da einbrechen könnte, dann wär man der größte Du kannst doch nicht einbrechen, weil alles in Stein gebaut ist Ja, genau deswegen Wie wir es doch immer geschafft haben Die Tür mal in einer von ein, zwei Tagen und wieder Klammer zu bauen Der Bahn nach dem Reset ist sofort wieder da sein, oder? Die hat gerade auch für Granate auf mich geschmissen Was? Oder unten läuft ein something Was? Angetroffen Wow Down oder wie? Mh mh Weitere sind los Ich kann auf beide Basen voll gut draufgucken Ich bin in einer Nähe, ich bin bei Olten Das ist eine neben ein paar Hundert Meter von euch entfernt 1000 300 Also in den anderen Kämotorben ist auf jeden Fall auch jemand drin Ich bin in einer Beziehung von angebrochen Ne, das ist eine andere Oder? Wo bist du, dass deine Granate auf sich werfen konnte? Das ist immer noch in der Baustelle Ja, oben auf dem Dach drauf Ich finde, den gelben Ausdruck neben den Turm Gegen die Camper hast du auf mit Nahkommensachen keine Chance Ja, doch, wenn die Fehler machen, sich ganz da draußen hinstellen Das machen die aber nicht Was haben sie gerade gemacht? Was hab ich denn noch nicht erwischt? Oh, das klingt wie als würdest du sogar in meine Richtung kommen Die Rennrichtung dieser Origins doppelsteckigen Industriehalle Ja, da bin ich drauf Ach das, ich dachte du meinst die Baustelle, die es auch schon so gibt Ne, da bin ich drauf Ah, ok Da haben sie da voll im Kreis Wieder eine Granate Alter, weil die laut Nur ne, 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 ne Oh, fiep, gar nicht übel Oh, oh, oh Genau, fire Er hat schon nicht so von der ersten Von dem RZ Jetzt geht los Oh, der Po wieder Der Po wieder Der Po nicht höher Er macht deine Effekte lauter Mein Effekt ist einfach mal aufgedreht Die dem Ehre war ich ja, der Po habe ich nie Nee, schießt Oh Gott, hab die Der Po wieder Der ist extrem nah aber dran Der hat sogar auf einen Zombie geschossen Der hat echt zu viel Muni Also ich werde jetzt der PZ versuch was hinzureißen So Mikrofon muted Da kann man in der Schule gucken, ob ich eben den Geist oder so einen Scheiß finde Ich möchte eventuell auch Labor Wenn du mir kommen könnten, dann haben wir die ein Vielfalt Der hat die Dapur wieder schiefen Dann Wo bist du denn Luca? Wo bist du denn Luca? Wo bist du denn Luca? Wo bist du denn? Einiges zu sein, auch so und dann schief Dapur wieder Dapur Wom geht denn so dort nach, wo ist denn der? Wo und wo mir wurde immer so dort nach Ey, dich ne Granatik würde oben reinpfeffern Einfach Wom Könnte Leerer Wissgeflaschen hochwerfen, dann treff ich seinen Kopf Das wäre echt geil Das wäre echt geil Ne, 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 das wäre echt geil Was soll denn an der Kühnmesse entstehen? Ja, der Wünsch ist der Junge, der Wünsch ist der Junge Der Wünsch ist der Junge Die Reut ist tatsächlich mein Weg von Schmerz Ich muss stellen Ich muss Geld bei Wissgeflaschen Wolle ist relativ nah dran, in Deutschland Ja, also nur erwartet es keine Niederflügel Da kommt ein Fahrradfahrer Aus der Rundfälber so und wenn nicht ich Er ist jetzt beim URZ URZ ist da Wenn Kenichi den tötet Kenichi auch tot Schaut der Eiche Typ sein, der den Kämmer getötet hat Lass ihn jetzt mal leben, ne, da hat nix Ja, aber meines Euro Schieß Und ein drückisches Und das vom Wolfsitz Von oben auf den Turm Der große Gelächter und was an den Komschen Haus oder? Ja Mit dem, der wurde genau, oder? Du, die S Estábauer, oder? Du hast das so weit was genommen Na Bei der Schule hin? Ich war schon Schule okay Hennig würd ich wohl abknallen, denn Windshatter kann ich was machen und dann liegt der Wünscht ist irgendwie, und ich heut nehm meine Brechstherr in den Kopf der Max von da wo du gerade eben bist, hat das dich berufen oder was? dem Erwinner ja, ich hab jetzt mit dem Bengalfall so einfach voll okay da haben wir jetzt sowas und zu Ablenkung ich komm mal jetzt DZ an da komm ich raus ist das ein Gegner? warte ist auf den kleinen jetzt auch immer drauf oder nur auf den großen? ja das ist ein Gegner warte da, komm wir zurück wir könnens los weißt du von wo? Turm aus welchen großen kleineren? ja von dem großen aus wo lagst du gerade eben? mh da oben an der Ecke wenn du dort hinkligst bist du im Zentrum ja mein ich auch es war auch einer an der Tankstelle Base, die unsere Tankstelle ist das ist ein Gigaroller mit der Lappur Gigaroller hat in dem irgendein Lappur dran dabei pfff die hören jetzt von überall Schisse ey das ist doch die wissen auch nicht mehr woraus sich konzentrieren sollen die beiden war das doch kein Spieler? oder ist er einfach nur nicht tot? hey wake up hey wake up boah fährt schon wieder aufm'n anderen TS eingestupst ey ja wenn ich jetzt noch eins versuch und wenn das nicht klappt dann du oh musst du ich bin eh eh sofort weg ich bin eh sofort weg aber du stehst voll in der Nähe von mir geh mal weg das ist doch neben mir ich sehe einen Gegner wo? gegenüber in so ein Haus ich geh auf ein Haus drauf ich bin tot oh Junge du bist intelligent weißt du wirf bei Galfeuer ja das klang als wärst du direkt neben mir und nicht dort hinten ja du siehst doch wo er bei Galfeuer wirft oder? ne von hier in der Entfernung nicht ey ist ja egal ohigung tut mir leid jetzt sehe ich auch den Gegner wow geil hab ich los hab ich sie ja gelockt? ne ich hab ihn gelockt ich hab ihn gelockt ich hab ihn gelockt komm wieder raus du Pussy gehst du mich hier? was? achso dachte du bist jetzt weg ich bin noch so log in eurer Party spielt ja man lasst oder die ja man lasst oder die aber es wird jemand da ihr sie helfen wenn wir das spielst du jetzt ein Schrott spielt der ist das Jahr 1000 na ich würd mal ne Runde der Kopf spielen gehen ja ich geh mit weil hier kann man das ich gleich lass ich wieder raus blicken 10 Minuten auf dann bin ich auch schon rumgemerkert jo dann wahrscheinlich dann bis morgen ne? oh tschau jo dann bis morgen tschüssi chau wollen wir uns hier verwissen? ist ein bisschen schwierig User left your channel Woher liegt noch irgendeiner hier? Für mich Wo bist du? In diesem Häuser, wo man die Fenster aufmachen kann, weißt du? Ja, na Wer von euch lag auf dem Metal Compound drauf?